Hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Ausgabe der Lord'schen Filmkollekte hier auf Lord Gamgamfool, The Other Side of Movies. Ja und heute gibt es das Update für den Monat März. Heute ein bisschen früher, wir haben heute den 28. März. Das ist ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag habe ich vor 14 Jahren mein allererstes Video hier auf diesem Kanal hochgeladen. Einen Kanal gibt es jetzt schon seit 14 Jahren, weil der hatte ich eigentlich schon Anfang März damals aufgemacht gehabt, aber das erste Video gab es erst am 28. März. Lange, lange, lange ist es her und dieser Kanal ist immer noch da und es macht mir immer noch Spaß hier über Filme zu reden, euch Veröffentlichungen zu zeigen. Heute gibt es natürlich wieder ein schönes, kleines, feines Update, bestehend aus immer wieder 5 Filmen. Und wir fangen natürlich mit dem Film an, der in den letzten Wochen hier auf YouTube sehr sehr oft gezeigt worden ist, aber auch allgemein in Social Media, natürlich Saw X hier in der Limited Collectors Edition, der mittlerweile 10. Teil dieser Reihe. Ich warte ja immer noch auf die, ich glaube Streaming-Serie, die auch schon vor Jahren angekündigt worden ist, ob die wirklich kommt oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, aber die war auch mal in Planung gewesen, aber Teil 11 kommt ja in der zweiten Jahreshälfte raus. Ja, und eine Veröffentlichung, wo ich sagen kann, dass die sich auf jeden Fall lohnt. Ich mag die Mediabooks zu den Saw-Filmen, weil sie allgemein von der Verarbeitung und so weiter sehr sehr hochwertig sind, weil sie auch sehr gut zueinander passen. Ja, natürlich muss man die Qualität jedes einzelnen Teils aus der Reihe da so ein bisschen rausnehmen, aber ich muss sagen, Saw Ixen hatte ich ja auch letztes Jahr in der Review hier besprochen gehabt. Fand ich auf jeden Fall besser als Spiral, besser als Saw 7 Vollendung und besser als Jigsaw, obwohl Jigsaw kann man sich durchaus mal anschauen, ja. Aber er war auf jeden Fall besser, ein überdurchschnittlich guter Teil, jetzt ein Film, der nichts Neues macht, der natürlich auch wieder diesen Trend hier mitmacht. Wenn Figuren schon lange, lange tot sind, ja, oder man einfach hallungstechnisch einem nichts Neues mehr einfällt, dann schiebt man zwischen irgendwelche Teile einfach nochmal einen Teil dazwischen, ja. Ja, und so ist es hier eigentlich auch so gewesen, ja, und, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und die Aufmachung ist natürlich, wie schon bei den vorherigen Saw Media Books, hier drin enthalten Bray und 4K und einen 36-seitigen Buchteil, geschrieben von Tobias Hohmann. Das Ganze natürlich hier auch wieder in diesem sehr, sehr schönen, ja, Schuber und auf der Rückseite natürlich noch eine Inhaltsangabe, so ein paar Szenenbilder, die so hier schon in so einem X aufgemacht sind. Ja, und dann musste man natürlich hier noch zwei Pressezitate drauf bappen von Filmstars und Bild, okay. Extras, also ist hier auch so einiges mit an Bord, ja, was man sich dann noch nach dem Hauptfilm anschauen kann. Natürlich hier nochmal die FSK, die mittlerweile auch auf der Rückseite der Höhlen nochmal drauf ist, mit dem Hinweis, warum das Ganze hier eine FSK 18 hat. Und da haben wir natürlich hier unten noch die Limitierungsnummer, also es ist auf jeden Fall eine Media Book Veröffentlichung, die sehr, sehr hoch limitiert ist, ja. Obwohl in dem einen oder anderen Shop das Ding dann ausverkauft war, aber bei uns hier um die Ecke Müller kriegt man, steht zumindest ein Media Book nach oben für knapp 40 Euro. Das hier habe ich mir für 35 bestellt gehabt, knackiger Preis. Versteckt natürlich hinter der neuesten, ja, Collector's Box zu Saw, natürlich der geschnittenen FSK 18 Version, wo noch ein Booklet drin ist, aber die ist eigentlich obsolet, weil auf jeden Fall, wenn Teil 11 draußen ist, wird es die nächste Box geben. Außer man ist wirklich Hardcore Saw Fan und sammelt jede Veröffentlichung, wie es auch Hardcore Evil Dead Fans zum Beispiel machen. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, ja. Und wir schauen auf jeden Fall nochmal in das gute Stück rein und haben natürlich hier dieses, ja, mexikanische Symbol hier, dieses Azteken-Symbol, wo hier so schön in Spottlack so Blut, ja, so auch rausläuft. Und in der Mitte hier natürlich die gute Billy verewigt ist. Sie ist ein bisschen schwierig zu sehen, ist ein bisschen dunkel draufgedrückt. Anfangs dachte ich so, ach so, soll denn das Kaffeeflecken sein? Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist ja, ja, das ist mit Spottlack, das ist Blut, was da rausläuft, ja. Die sieht auf jeden Fall schön aus, ist auch sehr wertig verarbeitet. Ja, der Filmtitel natürlich auch hier so ein bisschen Spottlack. Auf der Rückseite ist natürlich nichts, ja, da hätte es natürlich ein paar Motive gegeben, die man hier hätte auch drauf machen können. Ein Motiv ist hier auch im Booklet, ja, im Media Booklet draufgedruckt, ja, aber es ist nicht das erste Song Media Book, wo auf der Rückseite nichts drauf ist, ja. Das gab es schon mal. Und hier im Inneren haben wir natürlich dann auf der linken Seite die Blu-ray-Disc, die so ansprechend gelabelt ist. Hier hinten haben wir so ein bisschen, geht das Szenenbit hier schon so ein bisschen über. Wenn man deutlich so auf die einzelnen Details hier guckt, aber es ist insgesamt schon ein recht dunkles Bild, was man hier verwendet hat. Ja, aber ist okay. Und dann haben wir natürlich auf der rechten Seite dann noch die 4K, wo natürlich das Motiv der Standard Keep Case drauf ist. Und hier haben wir dieses Motiv, was man ruhig hätte auf die Rückseite des Media Books drucken können. Das wäre sehr richtig toll gekommen, vor allem wenn sie die roten Stellen so mit Spottlack veredelt hätten, aber gut, haben sie leider nicht gemacht. Warum auch immer. Und dann kommen wir zum 36. Den Booklet wollen natürlich die ersten beiden Seiten ein bisschen schwieriger aufgehen. Ja, das kennt man natürlich von den Kochfilms, beziehungsweise Play-On-Media Books von den kleineren. Aber ist okay, das sind nur Credits. Ja, und da haben wir natürlich dann hier auf jeden Fall eine schöne Mischung aus Szenen, Bildern und Text mit einigen Informationen. Ja, ist auf jeden Fall sehr lesenswert, das Ganze hier auf 36 Seiten. Und ja, allgemein gefallen mir die Saw Media Books immer sehr, sehr gut. Also es sind für mich auch immer die besten Media Book Veröffentlichungen allgemein. Ja, was so der Markt mittlerweile hergibt, wo ich mir sage, okay, da lohnt es sich auf jeden Fall zuzugreifen, wenn man mal damit angefangen hat. Ich habe damals nicht damit angefangen, ich hatte damals Teil 1 nur normal auf Standard-TVD-Keepcase gehabt. Ich habe irgendwann, habe ich mir dann nochmal das Media Book nachgekauft gehabt, auch wenn das, ja, nicht ganz zu den anderen Teilen passt. Ja, vor allem was den Schuber angeht und den Spine, aber okay. Und auf jeden Fall rundum gelungene Veröffentlichungen, ja, für Saw-Affine. Und deswegen kann ich da eine Empfehlung aussprechen, aber die meisten dürften sicherlich das Media Book schon in ihrer Sammlung, in ihrer Saw-Ecke oder was auch immer schon stehen haben. Aber ich muss sagen, ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Rundum gelungene Media Book Veröffentlichungen zu Saw-Ex. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu vier, ja, Keep Cases. Jetzt kommen wir jetzt erstmal noch zu drei Blu-Rays. Da haben wir jetzt erstmal hier noch Renfield, den habe ich mir nachgekauft. Den gibt es jetzt auch schon für unter 10 Euro. Da habe ich gesagt, okay, nehme ich ihn jetzt endlich mal mit. Den Film gibt es zwar auch von Taubine in einem Steelbook, in einem Fullslip, aber ich habe mir gesagt, das reicht mir vollkommen aus. Das ist ein Film, den habe ich letztes Jahr irgendwie so bei meinen Endjahresvideos so ein bisschen oder ziemlich unter den Teppich gekehrt gehabt. Ich weiß nicht, warum. Ja, der Film war leider ein Flop gewesen. Universal hat ja nochmal versucht gehabt, nachdem es im Dark Universe nicht funktioniert hatte, irgendwas mit ihren klassischen Universal Monstern zu machen. Und dann kam man hier auf die gloriöse Idee, hier Dracula in so eine sehr splatterige Horror-Action-Komödie reinzupacken, wo Nikolaus Hoyt natürlich einen guten Renfield spielt. Nikolaus Hoyt spielt natürlich auch in Robert Eggers Remake des klassischen Dracula, also die Version mit Max Schreck spielt er natürlich da auch mit. Ich glaube, der spielt da auch den Renfield, wenn ich mich nicht irre. Und das ist dann der dritte Versuch. Zwischendrin hat man natürlich die letzte Fahrt der Demeter, da warte ich auch noch, bis der im Preis fällt. Und da habe ich mir dann auch noch nach, weil mir der auch sehr gut gefallen hatte. Und hier spaßige anderthalb Stunden, da kann man einfach mal so wegsnecken, ein Film, der auf jeden Fall viel Spaß macht. Über Aquafina und ihren Humor lässt sich natürlich ganz, ganz klar streiten. Ja, muss man mögen, ja, oder kann man mögen, oder, ja, muss, egal, ja. Humor ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich muss sagen, jetzt für einen Zehner, ja, kann man sich den auf jeden Fall mitnehmen. Und auf jeden Fall ein sehr spaßiger Film. Und natürlich in diesem Jahr stehen natürlich noch zumindest zwei neuere Filme mit Nicolas Cage an. Arcadian kommt von Capelite, das ist so ein postapoleptischer Film mit Monstern. Hat mich ein bisschen an The Quiet Place erinnert, aber da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und dann noch ein anderer, sehr verschwabelter Film, wo es um Träume geht, von A24 released, ja. Und deswegen, also, Nicolas Cage hat zwar vor einer Weile schon gesagt, dass er bald in Schauspielrente gehen will, aber der haut jetzt noch so einige Dinger raus. Ja, overacting hinterher, aber Nicolas Cage macht halt einfach viel Spaß. Und hier als Dracula, auf jeden Fall auch, und Nicolas heute, das ist eine wirklich gute Kombination, weil die Chemie auch sehr, sehr stimmig ist. Ja, Renfield. Gut, jetzt gibt es ein bisschen Familienunterhaltung mit The Bad Guys oder der Gangster Gang mit Antromorphen Tieren, die hier Gangster sind, ja, aber auch ein Stück weit eigentlich Anti-Helden-Film, der, ich glaube, vor zwei Jahren hatte ich den mal gesehen gehabt, und der hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich sehr gelungen, auch von der Animation her, von der Story, ja, kann man sagen, kann man das Ding echt mitnehmen. Sehr unterhaltsamer Animationsfilm. Wie soll ich sagen muss, hier Mr. Piranha, hier Mrs. Tarantel, das ist, ja, muss man sich mal anschauen. Also wirklich, ich dachte erst, was ist das wieder für ein Schmuh, aber sehr, sehr gelungener Animation-Film, natürlich hier auch mit wieder einigen Extras am Start. Ja, man könnte auch sagen, das wäre vielleicht ein Film auch aus der Illumination-Schmiede, aber es ist von DreamWorks Animation, ja, und deswegen habe ich gesagt, so, ja, den nehme ich natürlich auch irgendwann mit, wenn er am Preis gefallen ist, und den gibt es jetzt auch schon länger, zum Beispiel Müller in der Blu-Ray-Aktion, ja, zwei für, ja, 15 Euro, ja, also da kann man nichts falsch machen, und deswegen habe ich mir dann endlich jetzt mitgenommen, um die Sammlung zu schließen bei den Animationsfilmen, ja, und deswegen, ja, für diejenigen, die vielleicht noch keinen Blick auf die Gangsterin geworfen haben, kann man ruhig mal reinschauen, ja, weil der macht viel Laune und viel Spaß. Gut, jetzt gehen wir noch so ein bisschen in die Retro-Ecke mit einer überraschenden Blu-Ray-Veröffentlichung von einem Film, den ich irgendwann mal in den 90ern gesehen hatte, ich weiß nicht, ein-, zweimal, ähm, ja, auf, ich glaube, das war damals auf RTL gewesen, weil die hatten ja ein-, zweimal diesen Dinosaurier-Thementag da gemacht gehabt, unter der Woche, wo den ganzen Tag Dinosaurier-Filme liefen, ich glaube, wegen Jurassic Park und das andere auch wegen, war es wegen Jurassic Park 2 gewesen, ich glaube, ja, aber das war halt immer so doof gewesen, weil das war direkt in der Woche, wenn man in der Schule war und, ja, da konnte man sich die Dinger halt nicht anschauen, ja, und zwar geht es um der letzte Dinosaurier, der hier nochmal von M-Square nochmal auf Blu-Ray, aber auch DVD in HD neu abgetastet aufgelegt worden ist. Ja, wirklich so ein klassischer 70er-Jahre-Abenteuerfilm mit einem Gummisaurier, ja, mit einer Uhrzeitwelt, die durch, ich glaube, Ölbohrung steht, den drauf freigelegt wird und dann gibt es natürlich so einen Großwildjäger, also, ähm, der Filmtitel sagt mir was und wenn ich mir so Films, äh, Szenenbilder angucke, ja, auf jeden Fall, aber es ist schon ewig her, dass ich den Film das letzte Mal, ähm, gesehen hatte, ja, und, äh, das ist natürlich schön, wenn dann nochmal so ein, ja, kleineres Label dann nochmal solche Filme, ähm, ja, auflegt, ja, und hier für knapp 13 Euro, da sagt man nicht nein und nimmt das gerne, gerne mit, ja, wobei diese VÖ hier einen ganz wichtigen Makel hat, und zwar, das ist das Wendekofer und da bin ich jetzt auch nicht der Einzige, ja, es gab schon mal jemanden, der schon vor ein paar Wochen wegen dem Wendekofer, äh, gesprochen hatte und nicht nur bei der VÖ, ich glaube, es war auch bei Filmjuwelen gewesen, und zwar, wenn man hier den Streifen sieht man auf jeden Fall, dass hier beim Druck des Wendekovers einiges schiefgelaufen ist, man hat keine End, äh, Kontrolle gemacht, ja, keine Qualitätskontrolle an der Stelle, weil wenn man das, ähm, Gewendekover nämlich hier reinpackt, das fällt einem sofort auf, was hier an der Stelle nicht stimmt, ja, weil das Bein ist ziemlich verschoben, ja, wenn man es zu macht, hat man hier so den Bein eigentlich hier vorne, äh, und, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, ob das jetzt die ganze Auflage, ich lach mich tot, wenn es die ganze Auflage ist, äh, betrifft, ja, aber, ja, da hat einer ein bisschen geschludert, aber das war denen scheinbar scheißegal, ja, keine Kontrolle, gar nichts gemacht, ja, aber, ich sag mal so, okay, Fehler können passieren, aber, ähm, trotzdem muss ja irgendwo da noch eine Qualitätskontrolle stattfinden, ja, ähm, aber natürlich, man könnte, man könnte ja natürlich auch ein Statement raushauen, ja, da war wieder der Grafiker dann schuld, da war vielleicht das, ähm, ähm, das Presswerk schuld oder was auch immer, also die, die die VÖ raushauen, die natürlich auch die Cover drucken oder wer auch immer, ja, ist ein bisschen obskur das Ganze, aber, ähm, wird den Film jetzt, der Film bleibt auf jeden Fall in der Sammlung nur, ja, natürlich wäre es toller gewesen, halt ohne den Balken da und ohne der FSK-Flatsch und jetzt schön dieses schöne gezeichnete Cover-Motiv hier zu haben, aber, okay, gut, ja, aber, ist schon obskur, weil ich dachte so, Alter, es wird mich nicht treffen, ich werde Glück haben, ja, das wird einfach nur so ein Ausreißer gewesen sein, beziehungsweise ein paar Stück, wo einfach dieser Fehler ist, aber, ja, wer da mehr weiß, kann natürlich in den Kommentar reinschreiben, ja, ob er sich auch diese Blu-Ray hier geholfen hat, ob es da genauso ist, ja, ja, ist ein bisschen, ja, ärgerlich würde ich nicht sagen, aber es ist halt ein bisschen doof, ja, es gibt im Leben wichtigere Sachen, über die man sich aufregen kann, ja, oder müsste und jetzt kommen wir natürlich noch zu einer DVD von einem berühmt-berüchtigten Label und zwar bei uns im Müller in Freiburg, die FSK-18-Abteilung, die ist voll mit VÖs von diesem Label und zwar geht es natürlich hier um Cargo Records, Empty Films, ja, wo deren Scheiben auch öfters mal in Mediabuchs noch reingesemmelt werden, ja, und zwar hier Witchboard 3, Gay to Hell, ich weiß gar nicht, ist Witchboard 2, ist der, haben sie den auch schon mal rausgebracht, aber ich habe da einfach rumgestöbert und dann hatte ich den plötzlich in der Hand gehabt und habe mir gedacht so, okay, gut, den kenne ich noch gar nicht, auch wenn ich weiß, ich habe nur den ersten Teil und wo ist Teil 2, aber egal an der Stelle, ja, es ist für sich genommen, ist das eine abgeschlossene Handlung, ja, das wird sicherlich keinen Bezug nehmen zu den vorherigen Teilen des Cover, natürlich ist, ja, schön oldschool an der Stelle, ja, und auf der Rückseite wird natürlich angeben, dass der Film hier erstmalig ungeschnitten auf dieser DVD drauf ist, ein ulkulter Splatter-Schocker für hartgesottene, mal gucken, wie hartgesotten wir hier in dieser Stelle sind und es geht hier um einen arbeitslosen Börsenmakler, einen guten Brian, der hier mit dämonischen Mächten konfrontiert wird und natürlich ist hier auch mal wieder ein, ja, Weecher-Brett, Schuld daran, es gibt ihnen einfach Insider-Informationen für Geschäfte, ja, damit er vielleicht mal wieder am Arbeitsmarkt einsteigen kann und Erfolg haben kann und das ist so die Handlung und das hat sich so ein Stück weit so Banane gelesen, da habe ich mir gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein Film, den möchte ich mir gerne anschauen, den möchte ich mir auch gerne in meine Sammlung stellen, ja, natürlich kann man hiervon ausgehen, dass sicherlich die Bild- und Tonqualität irgendwo, ja, VHS-Only-Niveau ist, 100 pro, ja, also bei Cargo Records darf man jetzt nichts Großartiges erwarten, was die Qualität angeht, ja, aber hier steht atemberaumende Spezialeffekte, echt harter Tobak, hier haben wir irgendeinen Dämon, vielleicht ist es ja der Dämon, der hier dann hier wütet, ja, hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen Carsten Crew, ja, das Ganze hier inszeniert von Peter Swartek, der auch, ich glaube, Hämoglobin noch gedreht hatte, ja, eine US-kanadische Produktion, Captain Tenney ist ja auch wieder beteiligt davon, der auch mit den anderen Teilen zu tun hatte und, ja, Bonus-Wendecover, ich weiß nicht, also für mich ist kein Wendecover ein Bonus, das ist eigentlich, gehört das zu einer Veröffentlichung eigentlich dazu, ja, 90 Minuten nochmal Uncut angegeben, ja, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was mich da erwarten dürfte, ich habe jetzt nicht allzu hohe Erwartungen, aber es ist natürlich schön, solche alten, eher so Videothekenheuler da mal so in der FSK 18 Abteilung in den Müller zu finden und da gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge, eine Menge B-Klopper liegen da rum, von Cargo Wreckers auch ein paar Asia-Filme und so weiter, also das Label, das haut gerade ordentlich raus oder schon seit längerer Zeit hauen die ordentlich raus, ja, man muss halt nur damit klarkommen, dass die Qualität der Veröffentlichung eventuell nicht so berauschend ist, ja, aber hier bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, mit Sport 3 geht to hell. Gut, dann sind wir jetzt auch durch mit diesem, ja, Monats-Update für den März, heute an diesem ganz besonderen Tag, ja, Happy Happy Birthday, 14 Jahre Lord Gam Gam Fool und auf ein weiteres Jahr, sagen wir es einfach mal so und ihr könnt natürlich hier unten noch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Filme kennt, wie ihr denn die Veröffentlichung so findet und natürlich, wie ich es schon vorher gesagt hatte, ob ihr auch dieses verfuschte Wendekover von der letzten Dinosaurier auch abbekommen habt. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr euch dieses Video ein bisschen gefallen habt, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren Folge der Lord'schen Film Kollekte oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gam Gam Fool, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.